Ja, liebe Leute, willkommen zurück, willkommen zurück zu einem kleinen Zick-Lock, zu einem kleinen Update, Kanal-Update oder wie man es nennen mag, egal, ja, zuerst erstmal eine ganz herzliche Begrüßung allen Neuen, alle die hier reingestolpert sind, alle die hier vorbeischauen, ab und zu mal neu, freut mich, dass es euch gibt, freut mich, dass ihr hier seid, freut mich, dass ihr das abonniert habt, den Kanal hier, ja, schön, wenn ihr eine Weile da bleibt, aber es macht natürlich auch nichts, wenn ihr weiterzieht und wenn ihr mal wieder vorbeischauen wollt, dann später, ist auch schön, ja, ist halt ein Kommen und Gehen. So, dann habe ich gesehen, dass, also ich habe es schon vor einer Weile gesehen, aber ich warte immer ein bisschen ab, weil es schwankt ja immer, dass, ähm, die 1000-Abo-Grenze irgendwie mal durchstoßen wurde. Ist natürlich auch eine feine Sache. Klar, es ist bloß eine Zahl, aber, ähm, ist schön, wenn es bergauf geht, wenn es mehr werden. Dann kann man sich sagen, okay, ähm, es ist nicht ganz so schlimm, was man macht. Ja, wer das verfolgt hat, der erinnert sich vielleicht früher, also, ich glaube, letztes Jahr, ich weiß gar nicht, war das letzten Sommer oder letzten Herbst, da war ja diese Situation, dass die Monetarisierung für die Kleinkanäle unter 1000 Abonnenten deaktiviert wurde. Das bedeutet, ich könnte jetzt die Monetarisierung wieder einschalten. Über 1000 Abos plus irgendwie so eine bestimmte Zahl, äh, kann man die Monetarisierung einschalten. Wurde mir schon angeboten. Ähm, werde ich aber nicht machen. Äh, habe ich keinen Bock drauf mehr. Ja, also damals hatte ich mich aufgeregt, ein bisschen, dass das ausgeschaltet wurde. Das fand ich ungerecht. Ich finde es eigentlich immer noch ungerecht, aber, das ist auch ein Grund, warum ich es nicht mehr aktiviere jetzt, weil, pff, ich habe da ja nichts davon. Äh, das sind Sendbeträge, die sich vielleicht so auf 100 Euro im Jahr summieren oder vielleicht 200 Euro. Ähm, aber der Aufwand, den ich betreiben muss, äh, die ganze Infrastruktur, irgendein Konto einrichten, etc., pp., das ist es mir nicht wert. Das brauche ich nicht und ich denke mal, ihr braucht das auch nicht, dass ihr davor und mittendrin und am Ende oder wie auch immer irgendwelche Unterbrechungen habt. Ja, das ist das eine. Das andere habe ich mitgekriegt dann im Nachhinein, dass es eigentlich, ähm, entspannter ist dadurch, weil, naja, ich formuliere es mal so, also wenn man jetzt, ähm, mit was Geld verdient, man für irgendwas Geld bekommt, möchte man meistens immer mehr Geld haben. Das heißt, man, um mehr Geld zu kriegen, um mehr Klicks, etc., muss natürlich mehr Videos machen und, äh, mehr Zuschauer generieren und so weiter und so fort und das erzeugt halt so einen gewissen Stress, sodass man da, oder, und eine gewisse Abhängigkeit davon, dass man sagt, ja, ich muss heute was rausbringen, ich muss morgen was rausbringen. Am besten muss ich vielleicht zwei, äh, Sachen rausbringen am Tag, damit das irgendwie sich lohnt. Vielleicht muss ich auch drei, vielleicht auch bloß eins, weil, wie auch immer. Ähm, und, ja, das ist, das ist uncool, finde ich. Ja, ich fange dann an, vielleicht die Zahlen zu checken, dann gucke ich, ja, der eine hat jetzt so viel Zugriff auf das Video, da spielt das gleich, ich habe bloß so viele und so weiter. Also, äh, ich habe das so mitgekriegt, das erzeugt so ein, so ein Sog, so ein Stress, den, ja, der dann verschwunden war, sozusagen, und das fand ich eigentlich recht gut und den möchte ich auch nicht mehr haben, sondern ich möchte das halt entspannt machen, ähm, ohne irgendwie einen Zwang unterworfen zu sein oder zu denken, ich bin einem Zwang unterworfen. Und indem ich das halt ausschalte, ist halt da ein gewisser, äh, Druck weg. Also, ich denke mal, das können die verstehen, die ebenfalls sowas machen, dass man da schon aufpassen muss, dass man da nicht in so einen Druck, in so einen Sog, in so einen, in so ein, naja, es kann dann schon manchmal ein Teufelskreis werden, kommt, aus dem man dann schwer irgendwie wieder rauskommt. Also, insofern, es lohnt sich nicht und es soll ein Hobby sein, es ist auch, ja, und wenn man halt ein Hobby, also mit einem Hobby Geld verdient, dann, äh, finde ich das, ist das halt in meinen Augen nicht mehr so ein Hobby, also, das ist dann halt so kritisch. Dann macht man es halt nicht mehr des Spaßes so sehr wegen, sondern da schleicht sich halt sowas anderes ein und das mag ich nicht, hab ich mitgekriegt. Und dann lohnt sich, ne, gut. Okay, das nur so, nebenbei, so ein paar persönliche Gedanken dazu, wenn es interessiert. Ja, zu den Spielen, also, Wolken, das ist bald fertig. Ich glaube, einmal oder so, noch eine Episode, dann ist das Ding durch, ich glaube, der Schluss, ähm, also, der Schlusskampf dann, der ist noch drin. Ja, ansonsten wird das weiterentwickelt, also, ich werde das ja erstmal beenden, ich werde das dann aber immer weiter mal beobachten, wenn es was Neues gibt, dann werde ich das wieder bringen, aber ich finde das eine coole Sache, das gefällt mir. Dann hatte ich Subnautica Below Zero, hatte ich mal, weiß nicht, eins, zwei Episoden gebracht und hab dann aufgehört. Ich hatte zwei Episoden oder drei sogar fertig, aber ich hab die nie gebracht mehr, ich hab die sogar schon hochgeladen, aber ich hab die dann wieder gelöscht, weil, ja, das ist Early Assess und, ähm, ich finde das noch zu sehr früh. Was mich bei dem ersten Subnautica, ähm, getriggert hat oder was ich cool fand, war diese Story, dass man sozusagen wirklich da in den Bann reinkam und dann das Ding durchgezogen hat. Von Anfang bis Ende. Das ist jetzt nicht der Fall. Und, ähm, ich fand das, ich hab das mitgekriegt, dass ich, ich war unzufrieden, als ich da irgendwie dann mittendrin dann irgendwann aufhören musste. Und deswegen will ich das nicht. Ich warte, bis das Ding fertig ist und dann bringe ich das. Dann will ich das durchspielen am Stück. Ja, Pantropy, das ist halt, ähm, ich hab das jetzt noch ein bisschen weitergespielt, das ist aber im Moment halt noch ein sehr frühes Stadium. Ich werde es auch erstmal pausieren. Es ist im Moment so, dass man da hauptsächlich nur grindet, dass man wirklich nur, ähm, sich einloggt, abbaut. Diese Viecher, von denen es auch bloß 2 gibt, also diese, diese großen Dinger und dann diese, in diesen Eiern da, dass man die, äh, farmt quasi, dass man dort diese Punkte kriegt, die dann umsetzt und das war's. Ich könnte jetzt klar ein Tech 3 Läufer oder sowas bauen, aber, ähm, ja, im Moment ist halt da noch nicht mehr da, finde ich. Aber ich werde es auch weiter beobachten. Dann Atlas. Ja, Atlas ist so ein Ding. Das Spiel hat man gekauft und dann konnte man es eigentlich nicht spielen. Lokal. Sondern man war angewiesen darauf, dass irgendwo es irgendwie ordentlich konfiguriertes Server gab. Und das finde ich eigentlich Mist unterm Strich, muss ich ehrlich sagen. Also, dass ich das nicht mehr lokal irgendwo spielen kann, irgendwas machen kann, irgendwas testen kann oder wie auch immer, sondern ich bin echt angewiesen darauf, dass ich irgendeinen Server finde, auf dem ich spielen kann. Ähm, das ist eigentlich, ist das mehr ein Spiel für Serveranbieter. Also, die freuen sich ja, dann kam ja noch dazu, dass man für eine komplette Map irgendwie X-Server kaufen musste, dass die, dass man alles, äh, den ganzen Content überhaupt nutzen konnte. Also, das war, ähm, am Anfang war das cool, fand ich auch nett und so weiter. Ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht, diese Sache an sich, dieses mit diesen Piraten, aber, ähm, das Ganze drumrum, ähm, bin ich ein bisschen, bin ich im Moment ein bisschen enttäuscht, finde ich komisch. Ähm, das habe ich jetzt erstmal aufgehört. Ja, Space Engineer, kann sich daran noch jemand erinnern? Ja, das gibt's noch. Das wird auch wiederkommen. Ich bin jetzt auch noch dabei, ähm, das Schiff weiterzubauen und ich denke mal, demnächst geht's dann weiter. Nur für die, die da auch noch Schiffe haben. Also, es gibt einen Surfer von mir, der läuft immer noch und wer da Interesse hat, der kann, ähm, über die Steam-Gruppe, genau, ich habe eine Steam-Gruppe darüber, wer sich, also, also sozusagen anmelden oder sagen, hier, ich möchte da rein, am besten Discord und dann kann der dort auf den Surfer und kann dort mitmachen, wenn er möchte. So, das war das. Metro. Metro ist geil. Also, kann jeder sagen, was er will. Ich finde Metro geil. Das wird durchgespielt. Ähm, das wird eine Weile laufen. Ist vielleicht jetzt nicht so der, also, es gibt nicht, ich habe schon mal gesehen, wobei ich schaue mir das nicht sehr an, was es noch anderes auf YouTube gibt. Ich meine, viele reißen das Ding ja durch, also, ja, das ist dann auch nicht so mein Ding. Also, ich mache das in Ruhe und ich werde das schön sanft durchspielen, weil es gefällt mir. Ja, was jetzt noch dazugekommen ist, oder was dazukommen wird, ist Anthem. Also, da muss ich sagen, das habe ich ja mal kurz angezockt und angespielt, aber da muss ich sagen, da bin ich irgendwie leicht getriggert von dem Spiel und das gefällt mir. Ähm, dass man da mit anderen zusammenspielen kann, dass man gemeinsam Missionen machen kann, dass man eben, naja, auch dieses, dieses ganze Feeling mit diesen, mit diesen Fliegen und dann mit den Looten und mit den Ballern. Also, das finde ich im Moment, finde ich das noch ein geiles Spiel. Also, muss ich sagen, habe ich mir das gekauft. Also, ich hatte es vorher bloß in diesen, dieser Testphase, wo man das so ein paar Stunden testen konnte und jetzt habe ich mir das geholt und das wird es jetzt auch demnächst erstmal ein bisschen geben. Und ja, wer da irgendwie das ebenfalls hat, Bock hat, der kann da hier auf, ähm, was ist das jetzt, Origin, genau, kann da hier dich mal melden und dann könnte man halt sozusagen, dann gucke ich mal, wer da bei den Missionen alles gerne mitmachen möchte und dann kann man die halt zusammenfliegen. Aber das ist auch bloß ein Angebot. Wer will, der kann. Kein Muss. Ja, an sich, es wird meistens immer so, ich schaffe es halt nicht mehr. Das bezieht sich mit ganz am Anfang, was ich sagte, so mit der Hobby-Sache und der Freizeitgestaltung. Es wird meistens so im Schnitt immer so ein Video geben am Tag. Manchmal werden es zwei. Das kann sein, wenn doch mal irgendwie was Cooles so geballt kommt. Ich mache auch gerne so dieses Hin- und Hergeswitche von verschiedenen, also so dieses stupide, außer extrem coole Titel, aber so dieses von Anfang bis Ende durch, ja, da bin ich zu, da bin ich zu sprunghaft. Da schaue ich mir gerne mal wieder neue Sachen an. Ja, also eins wird zu geben am Tag, manchmal zwei. Wenn es keine gibt, dann habe ich echt keine Zeit. Also dann ist echt irgendwas los mit Arbeit oder sonstigen Dingen, dass ich dazu nicht gekommen bin. Aber wie gesagt, das ist eben dann die Sache. Ich versuche das auch ein bisschen zu entspannen. Ich versuche nicht diesen Stress, diese Hektik mitzumachen, die man doch manchmal verspürt auf YouTube, wenn man dann doch denkt oder mitkriegt, dass manche der Erste sein will, muss, wie auch immer, dass er halt dann oben gerankt ist in der Liste, dass er dann sehen wird, seine Videos und so weiter. Nee, das ist nichts. Das ist nichts. Wer das macht, ist okay. Kein Problem. Stört mich ja nicht, aber ich merke nur, mich stört es, wenn ich es machen müsste. Oder schon der Anflug, dass ich das machen will oder wollte, der ist mir schon zuwider. Deswegen versuche ich das entspannt zu machen. Ich hoffe, ihr seht das auch alles entspannt. Weil es ist sowieso so schnelllebig. Also wer erinnert sich noch an ein Video von einer Woche, vor einer Woche oder vor zwei Wochen? Also ohne nachzugucken. Keiner. Niemand weiß es mehr. Da war doch irgendwas klar, wenn man weiß, okay, jetzt Metro läuft jetzt seit zwei Wochen. Gut, aber ansonsten weg. Vergessen. Ja. Naja. Gut. Okay. Jetzt sind wir schon bei über zehn Minuten. Das, äh, da haben die meisten schon weitergeklickt. Ich glaube so, das könnt ihr mal testen. Äh, weitergeklickt wird so um, ab drei Minuten. Dann klickt man mehrmals durch und dann kommt man immer auf sieben Minuten. So, sieben Minuten ist so der Standard, Standardlänge. Also zumindest bei mir so in den Videos. Da kann man sich auch fragen. Äh, kann man sich ja die anderen zwanzig Minuten quasi sparen. Ne. Manche schauen auch alles. Ja. Ansonsten würde ich mich freuen, ja, über Nachrichten und über weitere Abos. Klar. Aber ich sag mal, das sind nur Zahlen. Ähm, was ich immer schön finde, ist, wenn, wenn es irgendwelche Kommentare gibt. Weil da weiß man, okay, da hat jemand das gesehen und, ähm, hat irgendwas geschrieben. Es ist auch fast egal was. Also man muss dann die riesengroße Romane, Texte, äh, tiefsinnige Güsse von sich geben. Ne, ist einfach mal so. Trotz ein Ping. Das ist schon okay. Das ist, das ist nett. Das ist so, so, das ist halt wie so ein Feedback, was man bekommt. Das ist auch wichtig. Das kennt ja jeder. Dass er für sein Arbeiten Feedback kriegt. Oder für sein Tun, was zurückbekommt. Da weiß man, okay, das ist wenigstens, ja, das wird wenigstens wahrgenommen. Ja. Also so ein Geben und Nehmen. Hat ich glaube ich schon mal erzählt, oder? Ich kann mir, ja, irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu, dass ich sowas schon mal erzählt habe. Müsste man direkt mal schauen. Den alten Zickloks. Wahrscheinlich wiederhole ich mich dann auch. Das ist dann im Alter so. Man fängt dann an, sich so zu wiederholen. So, ähm, über 40, Mitte 40, dann geht man ja dann, ist ja, geht sowieso steil bergab. Und dann, da ist dann, da guckt man die Meinung so nach vorne, da guckt man dann so nach hinten. Hab Schmack gehört. Gut. Eigentlich war's das erstmal soweit von mir. Also, ansonsten, ja, wenn es irgendwelche Ideen gibt, Meinungen, sonstige Sachen, eben unten in die Kommentare rein. Und ansonsten sehen wir uns und hören uns. Demnächst, oder? Eigentlich schon. Ja, manchmal ist es so, Wochenende oder so, dann, da kann es auch dünn werden. Nur so als Info. Aber Woche eigentlich immer stabil. Außer ich bin im Urlaub. Oder ich bin krank. Und über die anderen Sachen, da wollen wir nicht reden. Ha. Ja. Na gut. Das war's erstmal soweit. Mir fällt bestimmt dann noch was ein, was ich noch sagen wollte. Ich muss mir, glaube ich, mal einen ordentlichen Zettel schreiben, dann immer uns Stichpunkte. Das lassen die einfach so spontan losreden, quatschen, labern. Na gut. Okay. Also, soweit erstmal. Mir fällt bestimmt noch was ein, dann rennt. Dann mach ich das halt nochmal. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.